ja ja zu meinem skin an die zuschauer mir ist ja letzte aufnahme minecraft abgeschmiert das hat ja was mit java zu tun und dabei hat sich mein skin zurückgesetzt und ich hatte auch keine lust dass irgendwie doch mal neu zu machen das wird jetzt in den nächsten tagen oder stunden geschehen und bis dahin spielen wir einfach mal so weiter das ist jetzt nicht die hier ist ja jetzt nicht der weltuntergang ja ja wo waren wir hier der jack for me in and i open the door on the other side da haben wir ob ich werfe mal rein oder hier hier geber stück danke da ist ein hebel und das ist ein bachstein und warum ist da wolle da ist die tür ok wo kommen wir zu mir ich mach dir platz guck nach dein und ich würde sagen wir müssen da unten auf den schalter drücken aber mach mal hat sich was getan ja jetzt kommt ihr wasser runter und hier tropft irgendwas unter sich aus wie lava würde ich mal sagen wir schwimmen hoch und hier ist wasser das war oben das dann schwimme ich mal lieber nicht hoch das sind da oben habe ich die tür offen gemacht ich habe keine ahnung was waren ja die tür ist offen was war denn da waren so ein raum und da waren noch in der wand da habe ich einfach mal meinen eisen reingeworfen und dann ging die tür offen hau da war der war ein backstein den ich bekommen hatte wo wien wien erst mal ein bisschen nachdenken und dann mhm ja ja wo waren die ach hier was ist denn da hinten bei den leitern das ja da kommt man schlecht hoch wenn du dir das anguckst und hier ist so eine kiste er hat zwei leitern toll mhm ne du wie alter ich hab volles inventar und die helfe ist boote es sind helft nein die helfe sind boote so wir könnten hier haben an dieser Stelle vom take mal ein screenshot äh bild ja es ist screenshot von meinem inventar machen das ich hab äh dreimal äh 9 27 8 9 10 1 32 minecarts bei mir äh und hier ist ein fahrzeug drin da ist wolle die müssen wir anzünden aha logisch ja diesmal hab ich mitgedacht äh so juhu ich könnte uns jetzt silber auch anzünden joa lautet das wasser ja ja äh ha lol äh so ich lass dich mal vor so was ist denn hier äh waren wir nicht hier vorhin am Anfang ja die tür hat sich geöffnet äh oh ich dachte schon das obsidien ist aber auch dunkel dann muss ich gleich mal heller stellen äh gut idee moment warte mal ja oh ist schon ja dann mach ich die fackeln in kist hier hast du schon einen bogen oder ist nur einer drin ich nehme den bogen ja dann gib mir doch die feine hast recht hier dann lehre ich erst mal ein bisschen mein Inventar hier ja ich auch so ein paar Bote so das reicht da ist noch ein Pfeil drin hä ganz links hä da ist nichts hä hm hm unlogisch da steht da hier have a bow ja toll have a bow nein ok das ist eigentlich da hinten da muss man doch bestimmt irgendwie durchschießen guck dir das mal an was ist denn hier please return the bow hä äh ok ich glaube ich weiß was wir machen müssen ach hier musst du den bogen wieder zurück hin tun oder was ja du musst da hinten durchs Loch schießen gegen die Gardine äh und wir haben nur acht Pfeile na dann viel Spaß äh nein äh das hat mich gerade auch gedacht so zwei Räume ich würde links sagen ja dann lass mich mal vorbei du kannst da durchgehen äh da ist ein Knopf das sieht nach heating room lava 1 ich hab so ein Gefühl dass irgendwas mit lava passiert hier ne ja ich stell mich mal hier hin ne drück mal auf das Knopf hier äh 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 da 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 ja geh doch weg ach so äh nach da hin alles was passiert ok ja und hier hinten in dem Raum ist nur Wasser äh äh ach hier Ich glaube, ich hätte den Bogen zurück tun sollen, oder? Hallo, lass mich mal vorbei Ja Hättest du Wo geht's nicht lang? Ist ja egal, ne? Ich bitte, nein Andere Richtung Ach, geh hoch Hier ist ein Gang Äh, ist hier irgendwas? Knopf oder so? Ähm Sieht nicht so aus Fett, weil hier ist einer und wir sehen ihn nicht Jep Aber hier hoch geht es Darunter Ähm Vielleicht ist der Raum nur, um Luft zu holen, aber das ist eigentlich unlogisch Hier kann man an den Seiten drüber Luft holen Kamen wir von hier? Äh, jetzt hab ich mich verlaufen Ach, da Ich hab's gefunden, ne? Ne, doch Ne Äh, ich hab keine Luft mehr Ja, du musst hier hochkommen Ach, da bist du Ich glaub Ich glaub Ja, ich hab hier zufällig irgendwie, ne? Und da ist dann Ach, da bist du ja noch Hier, filmst du hier rein? Nein Oh Links Das andere links Ich drück diesmal drauf, ja? Moment mal, was steht da? Lava 3 Ja Wofür ist denn das Lava eigentlich? Das Lava Ähm Ja, das Lava Ja, das Lava, hab ich der Lava gesagt, oder was? Nein Das heißt die Lava Äh, tja Ja, gib mir Nein, ich will das Ich hab nichts Nein Nein Hilfe Hä Äh Jetzt gib her Ich will das TNT haben, bitte Ich will Du hast schon immer die Rohstoffe in den letzten Tags Ja, trotzdem Wenn ich das Dings habe, ne? Dann weißt du schon, was passiert Na gut, dann hier Dann gib mir das Feuerzeug Ey, Moment mal, ist das Bob? Ich will das Feuerzeug haben Bob Jack threw the TNT in the feeding hatchway Äh Now deliver the food and Äh Äh Was hast du gemacht? Ich hab das Türchen hier aufgemacht Hast du reingeschmissen? Ich hab das TNT in der Hand Was steht denn hier? Jack threw the TNT in the feeding hatchway Hast du hier, ne? Joa Weil du hast da irgendwas reingeschmissen? Ich hab da nichts reingeschmissen Soll ich den Knopf drücken? Mach mal Ich hab so ein Gefühl, dass wir gleich sterben Ja, also ich wird tot Ich geh mal hier hoch, ne? Hm, ich folg dem unauffällig Ja, Facebook leiten, ne? Okay Achso Ja, okay Ich musste Ja, ich musste etwas schneller denken Äh Äh Thanks, was steht da? Thanks for saving Äh, for saving Jack, you are a hero Okay, dann nennen wir euch mal mit, ne? Hab ich zwei Ja Hm 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 Äh Wo geht's denn hier weiter? Ich denke Ach, hier ist auch noch einer Jack, over hier ist Over here It's Bob I managed to get Äh, hier Through the hole You Through the hole You threw me in Jack, you are Amazing Pick me up And let's keep going Aha Wieso ist der Bob hingekommen? Fuckin Äh, ich hab in der Hand Vier von ihnen Äh, Kiste Nichts drin Was war da drin? Hm? Vielleicht sollen wir da irgendeinen Typen reintun Äh Ja Und hier kommt man auch nicht rein, ne? Nope Ey, ist das nicht diese eine Stelle? Doch, das ist diese eine Stelle, ich erinnere mich dran Das ist doch, wo dieser Irgendwie irgendwas mit Wasserfall oder sowas Oder irgendwie so ein Wasserfall Ach stimmt, ja Ganz am Anfang Ja, da war doch Dieses Dorf ist doch da hinten in der Nähe Da, wo die Höhle irgendwie zugeschüttet worden ist Ja, irgendwie Ach genau, da wollten wir durchgehen Und das ging dann nicht Jo Alles hat hier einen Sinn Äh Eine Kiste Fängt, äh, der Wasserstorz Hier, ein Schleimball Moment, Moment Jack, aktiviere den Wasserflug in die Stadt Waterengineering Und schaffe meine Leute, danke Du hast es gemacht Moment Ich frage mich, was passiert Drück einfach mal drauf Boom Muss jetzt irgendwo Wasser rumfließen, wett mal Ach, da hinten Ja, und da kommst du aus Ja, toll Ja, dann gehen wir mal hier hoch, ne? Was ist das denn? Brunnen oder so? Das werden wir, glaube ich, gleich erfahren Ähm Äh Eingesperrt Hier geht's weiter Topscore für Oh Oh Sind wir jetzt beim Ende, oder was? Ja, äh, hä? Topscore für 35 Pearls Ja, und wir haben 10 Sterben Ach, das stimmt ja, ne? Das rechtfertigt sich dann Rechtfertigt sich dann schon So, made by XGL DF And Truma Varium Ja, gute Map an euch beiden So, hier Jack, I think this is where I get off Thank you so Incredibly Much No one would have done it better Just throw me down into the Äh Pool And we will meet again Ja, welchen meint er wohl Werf einfach rein Ich werf einfach alle rein Ja Ich glaube, das war's dann, oder? Jupp Fazit Ja, ist zwar auf jeden Fall Schon anspruchsvoller Und viel länger Als die anderen drei Maps, ne? Mhm Vor allem die ganzen Sprungpartien, oder Ne? Bist du da und drückt? Geronimo Hab die Jacks Vielleicht gibt's noch irgendein Abschlusssequenz Ey Hier, guck mal, Jackson 5 Bisschen Spoiler Was hast du gesagt? Jackson 5 Du weißt nicht, was ich meine, oder? Ich weiß, was du meinst Ist hier ein Fuss? Nein Ja, okay Sollen wir uns wieder irgendwie Ich würde gerade sagen, wir Sollen wir uns töten? Ich hab noch den Ach nee, nein, hab ich nicht Das können wir ändern Äh Das, was du kannst, kann ich auch Äh Ah Äh Ja Nicht Ich fahre Was? Ist du schon in die Luft gegangen? Äh Nein Jetzt gleich geht's in die Luft Ich sterbe, ne? So Äh Äh Ja Was ist jetzt eigentlich hier drin? Hier waren wir schon mal drin, oder? Ja Äh Gehen wir mal da weg Wir springen uns da rein Oh Ja, hi Jetzt weißt du nicht mehr, was drin ist Ähm, was steht da? Sie 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 Äh Äh Hier waren wir, glaube ich, schon mal Äh Hier war man, glaube ich, schon mal Äh Äh Jure Äh 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 Nein Wo kam die Sand, her? Ja, komm, sollen wir uns dann jetzt das letzte Mal, ne? Ja. Äh. Ah! Ah! Ah, raus. Keine Lacker. Wo bist du? Das hättest du wohl gern. Guck mal, ich hab was für dich. Ich höre. Äh. Ja, super, noch oben. Ja, toll. Ja. Also ich würde sagen, wir würden hier auf diese Klippe gehen und uns dann hier irgendwie runterwerfen. Ja, wir lassen uns runtersprengen. Ja, genau. Warte, ich nehm sogar Jack hier, Moment. Hä? Wir können uns hier auf den Dingern hier hochbauen, warte. Wieso kann ich hier... Hä? Hä? Wir nehmen dann halt hier. Äh. Das war jetzt mit Absicht. Äh, ich mein ohne. Ja. Äh. So. Kommst du hier hoch dann? Äh, äh, was? Kommst du denn hier hoch, dann kommen wir uns mit dem... Dann setze ich da einen TNT-Block hin. Ne, es muss da noch, äh... So. Und so. Soll ich das dann anziehen? Ja, ganz mal. Moment, Moment. Äh. So, ach, jetzt. Ja, Moment. Wo ist die Klasse, das? Äh, ich... Hast du rüber? Oh. Äh. Äh. Also, ne? Wenn man sich schon selber umbringt, dann richtig. Ja, so. Tschüss. Tschüss. Äh, ich lebe noch. Du bist doch weggeflogen. Ich bin nicht weggeflogen. Mein Gott, wo ist er? Okay, ich würde dann sagen, das war's für dieses... Äh, für diese Web. Oder? Jupp. Wir sehen uns zum nächsten Mal und... Ja. Ciao. Ja. Tot. Ja. Ja.